Leidenschaft, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung sind seit dem 01.03.2010 unser Antrieb in der Personalarbeit. Mein Name ist Florian Wey und ich bin nun im 14. Jahr geschäftsführender Gesellschafter der L&W. Frau Lindgens und ich haben damals nicht mit kapitalistischer Absicht gegründet, sondern weil wir die Arbeit mit Menschen lieben. Wir bieten seit diesem Tag unseren Mitarbeitern und Kunden einen Partner auf Augenhöhe, welcher im Bereich der HR-Dienstleistung, der Organisation und der Personalentwicklung unterwegs ist. Im letzten Jahr haben wir uns dazu entschlossen, uns durch die Firma Great Place to Work zertifizieren zu lassen, um einfach zu schauen, wie ist denn unser Stand als Arbeitgeber für euch? Und ich muss euch mitteilen, dank euren Aussagen haben wir es geschafft. Wir sind nun ausgezeichneter, zertifizierter Great Place to Work Arbeitgeber. Dieses Ergebnis hat uns unglaublich viel Positives gebracht und auch wertvolles Feedback haben wir erhalten und auch Handlungsfelder wurden aufgetan, in denen wir für euch besser werden möchten. Deswegen möchte ich mich heute herzlich bei allen Mitarbeitern, Kollegen, Kunden und auch ehemaligen bedanken. Denn ohne euch wäre es nicht möglich, eine Unternehmung zu führen, die den Mitarbeiter im Mittelpunkt hat. Und natürlich bedanke ich mich auch bei meiner Frau, die zu jeder Zeit hinter mir steht. Durch euch können wir dieses Jahr Berufsberatung in Waisenheimen und Jugendstrafanstalten ausweiten. Wir planen unser Benefit-Programm für euch zu bearbeiten und dass jeder Mitarbeiter eine private Unfallversicherung von uns erhält. Es befindet sich eine Schulungsplattform für Mitarbeiter in Planung, in denen ihr Zugriff auf Schulungen habt, die in dem Markt einen enorm hohen Stellenwert haben. Ich möchte mich auch besonders bei Frau Lindgens, Herrn Mühleib, Herrn Kirch, Herrn Rosin und Herrn Billen bedanken, die seit langen Jahren mit dabei sind, mit Leidenschaft sich jeden Tag einsetzen und unsere Mitarbeiter auch unterstützen. Und auch in deren Namen an euch da draußen ein herzliches Dank. Ich freue mich auf die Zukunft mit euch und stehe euch bei Anliegen gerne zur Verfügung. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank.